Ja, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute wieder mit dieser Lidl Drohne sind wir unterwegs und ich habe hier, wie ihr seht, die Fotoschützer weg gemacht. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr gewischt, kann ein bisschen langer fliegen. Aber als Highlight habe ich mir hier eine Kamera drunter gebaut. Die habe ich jetzt hier zu Hause noch rumfliegen, muss ich jetzt noch ein bisschen ausrichten. Sind durch den Transport ein bisschen verhundengebibelt worden. Bleibt dran, seid gespannt und wir haben hier mit dem Lidl, der Lidl Stuntrohne, mal hier eine Runde fliegen und gleich mal ein Bild machen, wie hier die Bilder drauf wären. Ich habe jetzt ganz so eine billige Kamera, gibt es immer noch. Bei Ebay gibt es noch günstige Kameras. So, die Keycam für 20, 25 Euro mit HD. Die gehen schon echt gut. So, eins, zwei. Ja, hier. Bisschen eine andere Perspektive. Ich werde das hier nochmal ein bisschen richten. So, Gewebeband genommen. Das ist ein Licht. Krass drauf hier. Das hier richtig schön fest ist. Natürlich können wir noch Spanzeband nehmen. So, hier vorne die Linse, die muss ich ein bisschen vorsichtig fliegen, dass ich die hier verlieren tue. So, jetzt soll ich mir die auch noch ein bisschen mit Lebeband fixieren hier, die mir ja nicht abhanden kommt. Dann noch ein bisschen Werkzeug, wie sich mitnimmt hier. Jetzt legen wir mal vorsichtig das Talbertan hier. Gut. Schalten die Drohne ein. Quatsch. Erst die Drohne einschalten. Dann die Fernbedienung. Ja. Jetzt muss die ganze Sache losgehen. Hier die Kamera. Schalten wir ein. Jetzt ist sie an und Jetzt wird sie filmen. Sie blinkt hier ständig, wie ihr seht. Und Jetzt können wir mal losfliegen. Das klappt hier. Die Kamera gleich mal verloren. Kamera ist hier. Ja. 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 So ich ab hier So der Kamera kommt doch heute super klar zurecht Hier ist der Top-Schnupf drücken Kein Problem Kamera hebt sofort ab hier Stufe 3 eingestellt Danke schön jetzt runter, weil das keinen empfang hat das ist rotz das ist schon mal das ist schon mal das ist jetzt ganz sauber ganz hoch auch da auch eine Kamera her ich bin so etwa in Spanien Das ist ein Zwang, das ist ein Zwang, das ist ein Zwang. Immer wieder weg hier. Ich habe die Probleme gehabt mit der Koordinierung. Die Kamera blingt. Hier seht ihr das Blink. Das soll ich sagen. Feierabend machen. Und jetzt hier können wir es auch beenden. Ich hoffe, dass ihr Spaß gemacht habt. Ciao, bis zum nächsten Mal. A la ha.